Wenn wir eine Abgabe auf zuckerhaltige Produkte einführen würden, würde die Industrie schon mal Zucker sparen. Das heißt, die Belastung der Menschen mit Zucker wird geringer. Und was wir natürlich gleichzeitig machen, und da sehe ich wie Sie, Zuckersteuer drauf, ungesunde, hochverzuckerte Produkte teurer machen, weg mit der Mehrwertsteuer auf Gemüse, Nüsse, Pilze und alles, was gesund ist. Und dann kommt es auch der sozial schwachen Bevölkerung zugute. Und so ein Mineralwasser ist dann ganz plötzlich nur noch halb so teuer in der Disco wie die Cola. Und genau das wollen wir. Also Mineralwasser ist jetzt schon das günstigste Lebensmittel, das es gibt. Das ändert nichts an dem Stand. Man darf immer folgenden Fehler nicht machen. Die vermeintlich einfachen Antworten liefern aber leider oft nicht auf die sehr komplexen Probleme die richtigen Lösungsansätze. Das ist das Problem, vor dem wir stehen.